In Aufgabe 53 haben wir es wieder mit einem Spannungszustand in einem Materialpunkt zu tun, der auch wie in den vorhergehenden Aufgaben durch den Spannungstensor Sigma beschrieben wird. Es sind wieder die fehlenden Komponenten des Spannungstensors zu bestimmen sowie seine Hauptspannungen. Außerdem sind diesmal auch die Hauptachsenrichtungen und die zugehörige Hauptachsenform des Spannungstensors zu berechnen. Zuallererst füllen wir den Spannungstensor fertig auf. Das ist einfach und das schreibe ich auch gleich direkt rein. Das haben wir auch letztes Mal besprochen. Alle diese Objekte sind symmetrisch, also braucht man nur Spiegeln um die Diagonale und hat sofort die fertige Befüllung. Also 1, 1 und 2 steht da drinnen. Damit ist ein Teil des Punktes A abgehakt. Die Hauptspannungen sind eben noch offen. Die Hauptwerte Lambda rechnen wir einmal aus mit dieser Determinantenformel. Determinante A minus Lambda mal Einheitsmatrix in der gleichen Dimension wie A natürlich, muss das immer sein, muss Null sein. Manchmal lesen Sie da auch I statt dem 1. I verwende ich in dem Fall hier nicht besonders gerne, weil die Invarianten I heißen. Und dann heißt das A noch I, das versuche ich zu vermeiden. Wenn man das macht, setzen wir einfach ein. Das A, machen wir es vielleicht langsam. A ist 3, 1, 1. 1, 0, 2. 1, 2, 0. Und das, was da hinten steht, heißt nichts anderes als Lambda in die 1 rein multipliziert. Also Lambda, 0, 0, 0, Lambda, 0, 0, 0, Lambda. Das heißt, wir brauchen die Determinante von 3 minus Lambda, 1, 1, 1, minus Lambda, 2, 1, 2, minus Lambda. Die muss Null sein und mit der, ja, das können Sie so auch stehen lassen, das kennen Sie wahrscheinlich eh alle. Die Diagonalelemente multipliziert miteinander, dann die einmal raufgerückt, hier runter multipliziert und die 3 multipliziert. Alle mit einem positiven Vorzeichen und die in die andere Richtung, so mit einem negativen. Was hier rauskommt ist, 3 minus Lambda mal Lambda mal Lambda mit jeweils einem Minus hebt sie wieder auf zu Plus, also Lambda Quadrat. Das ist die Hauptdiagonale multipliziert. Plus 1 mal 2 mal 1 ist 2. Plus noch einmal 1 mal 1 mal 2 ist 2. Und eine Nebendiagonale, einmal minus Lambda mal 1 ist minus Lambda. Mit dem Minus ist es Plus, weil die müssen wir ja insgesamt Minus nehmen. Und dann 2 mal 2 mal 3 minus Lambda wieder mit einem Minus ist minus 4 mal 3 minus Lambda. Plus Lambda fehlt mir noch, gell? Ja, also der da. Hier einmal 1 mal minus Lambda mit Minus plus Lambda ist Null. Genau. Das kann man jetzt schauen, dass man das irgendwie vielleicht faktorisieren kann, weil sonst kommt natürlich im Allgemeinen eine kubische Gleichung raus. Und dann muss man mit Newton Raphson von mir aus auch händisch die erste Lösung finden. Dazu sollte man irgendeinen Ansatzpunkt haben. Besser ist, wenn man es irgendwie schafft, einen Faktor, Lambda, irgendwas rauszuheben. Dann kann man nämlich das wieder faktorisiert lösen. Das geht hier, weil wir können ja schreiben 3 minus Lambda mal Lambda Quadrat minus 4 plus 2 mal 2 plus Lambda. Wenn man das alles zusammenfasst, das Quadrat, und daraus kann man ein Lambda minus 2 mal Lambda plus 2 machen. Dann haben wir nämlich ein Lambda oder 2 plus Lambda, das man rausheben kann als Faktor. Und dann bleibt da drinnen 3 minus Lambda mal Lambda minus 2 stehen plus 2. Und dann kann man wieder den ersten Faktor getrennt Null setzen und den zweiten getrennt Null setzen und hat zumindest nur eine quadratische Gleichung zu lösen am Ende. Also wenn 2 plus Lambda Null sein muss, dann nennen wir das gleich Lambda 1 hier. Das ist unser erster Eigenwert. Dann ist Lambda 1 minus 2. Das ist eine mögliche Lösung. Und die zweite mögliche Lösung ist 3 minus Lambda mal Lambda minus 2 plus 2 ist Null. Also umgeformt auf eine quadratische Gleichung. Lambda Quadrat plus 5 Lambda minus 4 ist Null. Und das setzen Sie halt ein in die Formel für die quadratische Gleichung. Und dann kommt hier raus Lambda 2 ist 4 und Lambda 3 ist 1. Und jetzt ist es so, per Definition, dass das sind die drei Eigenwerte. Und die Eigenwerte werden im Spannungstensor und auch in den anderen meines Wissens noch abfallend angeordnet. Also der erste ist der größte, zweite ist der mittlere, dritte ist der kleinste Wert. Das heißt, wenn man den, also es ist so, Sigma 1 ist unser Lambda 2, das ist der größte Eigenwert, 4 Megapaskal. Sigma 2 ist dann demzufolge Lambda 3, das ist 1 Megapaskal. Und Sigma 3 muss Lambda 1 sein mit Minus 2 Megapaskal. Und damit ist der Hauptspannungstensor 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, Minus 2 Megapaskal. Und davon kann man jetzt wieder zum Beispiel die Invarianten berechnen. Die müssen das gleiche ergeben wie für den ursprünglichen Spannungstensor, deswegen sind sie ja Invariant. Die haben Sie sich wahrscheinlich eh beim Beispiel 51 angeschaut. Sonst schauen Sie sich am Video noch einmal an, wie das genau geht und wie das zusammenhängt. Was man sich auf jeden Fall leicht merken kann, ist, die erste Invariante ist die Spur, die dritte ist die Determinante. Das müssen natürlich alles Skalare sein, sonst können sie nicht invariant sein. Und die mittlere ist ein bisschen komplizierter, das sind die Nebendiagonalelemente, also alles was nicht auf der Diagonale liegt, quadriert, abzüglich der Produkte der drei Diagonalelemente. Also Sigma 1 2 Quadrat plus Sigma 1 3 Quadrat plus Sigma 2 3 Quadrat minus Sigma 1 1 Sigma 2 2 minus Sigma 1 1 Sigma 3 3 minus Sigma 2 2 Sigma 3 3. Das ist die zweite, kann man sich auch merken, aber ist halt ein bisschen schwieriger. Das schauen Sie sich am besten an, wie das konkret dann funktioniert. Beim Beispiel 51. Jetzt kann man hier noch, das unterscheidet dieses Beispiel vom Beispiel 51, hier ist noch gesucht die Hauptachsenrichtungen. Und die Hauptachsenrichtungen sind die Eigenvektoren zur jeweiligen Eigenspannung, also zum Eigenwert, zur Hauptspannung. Für Sigma 1, führe ich Ihnen das exemplarisch vor, für Sigma 2 und 3 geht es dann ganz analog. Wir müssen also jetzt wieder in diese Gleichung reingehen. Sigma minus, und jetzt kennen wir den Eigenwert, der da stehen soll, der ist nämlich Sigma 1, mal Einheit, muss natürlich mit, nennen wir wieder n, skalar multipliziert mit der ersten Richtung, n1, für den Eigenvektor, muss den Nullvektor geben. Das heißt, aufgeschrieben als Matrizen, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2 und 1, 2, 0 war unser Sigma, minus Sigma 1, 0, 0, 0, Sigma 1, 0, 0, 0, Sigma 1, skalar multipliziert mit den N1-Komponenten, N1-X, N1-Y, N1-Z, muss Null als Vektor ergeben. Und daraus kriegen Sie jetzt natürlich ein Gleichungssystem. Wenn Sie Sigma 1, 4 Megapaskal gleich einsetzen, Die Einheit lasse ich noch weg, aber hier schreibe ich es her, in der Matrix-Schreibweise lasse ich es weg. kommt hier minus 1, 1, 1, 1, 1, minus 4, 2, 1, 2, minus 4, mal N1-X, N1-Y, N1-Z gleich Null heraus. Und daraus generieren wir drei Gleichungen, nämlich minus N1-X plus N1-Y plus N1-Z ist gleich Null, dann N1-X minus 4 N1-Y plus 2 N1-Z ist gleich Null, und N1-X plus 2 N1-Y minus 4 N1-Z ist ebenfalls Null. Das sind Gleichungen 1, 2 und 3. Und ich weiß nicht, wer das ausgerechnet hat, hat vielleicht festgestellt, dass da eine lineare Abhängigkeit gibt drinnen in dem System. Das heißt, man braucht noch eine vierte, um es wirklich lösen zu können. Und die vierte macht sich einfach den Umstand zunutze, dass das ein Einheitsvektor sein muss. Das Quadrat aller Einträge summiert muss wieder 1 ergeben. Also N1-X-Quadrat plus N1-Y-Quadrat plus N1-Z-Quadrat gibt 1, ist eine vierte mögliche Gleichung. Und damit kann man dann die Komponenten berechnen. Ich berechne es jetzt nicht konkret, weil ich gehe davon aus, Sie können lineare Gleichungssysteme lösen. Und das Quadratische da unten auch. Deswegen einfach nur hergeschrieben, was kommt raus. N1-Z muss N1-Y sein, kommt auf jeden Fall raus. Das kriegen Sie durch Verschneiden von zwei beliebigen, von diesen 1, 2, 3 Gleichungen. N1-X ist zwei N1-Y. Und dann muss man halt N1-Y noch ausrechnen irgendwo, indem man es zum Beispiel in die vierte einsetzt und kriegt im Endeffekt für diese Werte raus N1. Fangen wir von oben an. N1-X ist zwei durch Wurzel sechs. N1-Y ist eins durch Wurzel sechs. Und N1-Z ist ebenfalls eins durch Wurzel sechs. Haben wir ja oben schon gesagt, ist gleich N1-Y. Das heißt, unser Eigenvektor ist eins durch Wurzel sechs. Zwei, eins, eins. Und ganz gleich geht es für die anderen beiden. Sigma zwei einsetzen, das Gleiche machen. Sigma drei einsetzen, das Gleiche machen. Gleichungssysteme lösen. Und dann stellt man fest, dass N2 die Richtung für die zweite Hauptnormalspannung ist eins durch Wurzel drei. Eins, minus eins, minus eins. Und die dritte ist eins durch Wurzel zwei. Null eins, minus eins. Und die müssen natürlich alles Einheitsvektoren sein. Also wenn Sie den Betrag bilden, muss eins rauskommen. Kann man überprüfen.